moin moin ich wünsche euch einen schönen start in die woche und heiße euch willkommen hier bei mir auf der marsch ja was steht heute an ich will heute mal zumindest ist diesen lkw so ein bisschen waschen wie ihr seht es hat bei mir was neues gegeben es steht hier jetzt eine waschanlage so dann stellen wir das ganze mal an und schon wird das fahrzeug gewaschen und sauber ist der lkw so jetzt werde ich damit zum kuhstall fahren der den mit mist beladen und dann hier zu mir auf dem hof in die dünger produktion damit die dünger produktion wieder läuft da muss dann auch noch gülle hin und oder entweder gülle oder gärreste werde wahrscheinlich noch ein bisschen gülle nehmen da ich am kuhstaller noch genug gelehrt das trifft sich gut dass hier gerade ein lkw steht der kann dann mal kuhstall gülle holen wo haben wir es denn produktion dünger entladen das ganze nicht mit milch sondern mit gülle dann fahren wir so konnte der jetzt da muss ich erst mal gucken was da los ist irgendwie scheint er nicht angeschlossen zu sein so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist er angeschlossen Untertitelung des ZDF, 2020 Wo kommt der denn her? Jetzt hänge ich natürlich an der Laterne fest Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt habe ich meinen Fehler gefunden Da ist eine Lücke im Kurs drin Jetzt müsste es eigentlich auch funktionieren Ah, jetzt funktioniert es auch Können die Linien eigentlich auch hier aus Mal gucken, ob er auch auflädt Er lädt auf, dann kann ich mir den anderen LKW holen Und dann kann ich mir den anderen LKW holen Vielen Dank. Und da fährt er. So, dann laufe ich jetzt mal schnell zum Radlader, holen wir den Radlader. So, dann laufe ich jetzt mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, eine Schaufel noch, dann ist der LKW voll. So, eine Schaufel noch, dann ist der LKW. 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 So, eine Schaufel noch. So, eine Schaufel noch, dann ist der LKW. So, eine Schaufel noch, dann ist der LKW.